herzlich willkommen zu diesem video ich habe selber lange lange darauf gewartet dieses video endlich mit euch machen zu können ich habe mir einfach mal wirklich so die vier ersten standard einsteiger geräte die im managed switch bereich so erhältlich sind so im runde 25 26 27 vielleicht auch mal im angebot 22 23 euro von unseren bekanntesten marken die wir so offen auf dem markt halt eben haben und die wir halt eben alle kennen natürlich angefangen jetzt hier ganz unten die netgear kiste tp link ich glaube das sind sowieso die beiden die am meisten gekauft werden aber auch einfach mal so ein paar ausreißer wie die link oder halt eben ein zyxl gerät das silberne hier ich habe mir die alle einfach mal angeschaut und wir werden jetzt auch einfach mal nach und nach so ein kleines hands-on machen bis ich euch natürlich meine top vier in der reihenfolge einfach auch in der web oberfläche vorstellen werde ganz wichtig dabei mein hauptaugenmerk für diese einsteiger serie was bezüglich managed switch angeht ist halt eben ein hauptaugenmerk warum gehe ich mir eigentlich einen managed switch holen warum solltest du dir ein managed managed switch holen der einsteiger klasse selbstverständlich wenn du anfängst rumzubasteln mit bilans und netzwerk segmentierung dann brauchst du einfach ein gerät was managed ist und wo du halt eben bilans einrichten kannst und es gibt ja von den geräten wie ihr selber wisst und mengen an geräte die irgendwie managt sind das hier ist explizit die einsteiger klasse die man für ungefähr 25 euro bekommt das heißt die software darauf bei den allen wird wahrscheinlich fast gleich sein wir legen hauptaugenmerk auf so ein bisschen optik weil ich liebe guis und ganz wichtig die funktionalität nachher wie ich bilans einrichten kann denn ihr da draußen wollt meistens bilans lernen bilans verstehen netzwerk segmentierungen durchführen und dafür braucht ihr diese geräte und das muss einfach einfach zu verstehen sein und einfach einzurichten sein das wird mit einer der hauptaugenmerke seien überhaupt nachher von der bewertung ich fange jetzt einfach mal beim net gear an ich kann euch vorher sagen auch wenn es der erste ist den ihr jetzt hier seht die sind im endeffekt alle gleich die haben alle gummifüße die haben alle die aufhänger wenn ihr die dinge an der wand montieren wollte da ist erstmal nichts das einzige was den net ihr auf jeden fall qualitativ von der hardware unterscheidet ist ganz klar der wie ich egal mit welchen ich daneben stelle der wie ich deutlich mehr als alle andere also das rundherum blech ist deutlich schwerer und deutlich massiver wie ich als alle anderen drei und ich habe die natürlich alle aufgeschraubt gehabt heißt also und der net gear war der einzige neben auch dem zücksel die halt eben noch innen drin in der ganz normalen wie nennt sich das kühle rippenkühler auf dem auf dem switch chip mit drauf hatten um halt eben das gerät sozusagen ja zu kühlen deswegen von der verarbeitung her sind die alle gleich von der masse der bauweise sticht der net gear definitiv heraus weil er einfach super super schwer ist gehe ich einfach mal zum zücksel klar was fällt uns auf er ist einfach selber was fällt uns auch auf er hat füße und sonst was wie alle anderen auch ports sind auch alle gleich alle switche egal welcher ich hier nehme die haben alle ein gigabit ports das heißt gar kein problem auch noch dabei ganz ganz wichtig völlig egal die haben alle einen fast ähnlichen switch chip drin verbaut das heißt performance brauchen wir hier gar nicht testen weil die können nämlich alle laut hersteller angaben mindestens mindestens 16 gigabit das heißt eure acht ports eure acht ports können alle full duplex wenn ihr wollt durch die gegend power und klar wann hat man diesen einsatzzweck deswegen auch hier jetzt performance ist einfach ein thema brauchen wir gar nicht ansprechen weil ihr werdet sowieso diese acht ports mit 16 gigabit niemals springen können deswegen thema performance hier brauchen wir uns gar nicht angucken außer es wird wieder explizit mit jumbo frames und so weiter und so weiter aber ich sag mal so um 98 prozent der zuschauer von diesem video werden sowieso nicht erreichen macht also gar keinen sinn darauf weiter rum zu hacken und zeit in diesem video zu verplempern ansonsten beim zücksel gibt es nicht weiter zu sagen 1 wieder heraussticht mit silber hat ganz normal wie jeder andere auch ganz normal 5 volt stromanschluss also nichts besonderes acht port reset button alles dasselbe beim d link gibt es genau genauso viel wie nichts zu sagen das einzige was wirklich der d link hat er hatte hinten einen erdungspunkt ist der einzige wenn ich die jetzt alle mal in die hand nehmen würde ist der einzige der wirklich einen erdungspunkt hat auch da sind wir mal ehrlich wer von euch da draußen schließt an seinem acht port d link in den erdungskabel an ich glaube auch wieder nur ein zwei prozent von den zuschauern dieses video hier ansonsten keine ahnung der hat halt eben den reset button hinten ich habe mir auch einfach mal angeguckt gehabt sind die denn irgendwie gleich kommen die irgendwie aus dem selben werk sind das irgendwie dieselben platinen ich kann euch jetzt hiermit versprechen nein sind sie wirklich alle nicht also die sind wirklich alle komplett unterschiedlich die platinen die drin sind sind alle komplett unterschiedlich das ist jetzt nicht so als ob die alle irgendwie aus demselben fließband wer kommen ganz im gegenteil also innen unterscheiden die sich wirklich optisch naja was soll ich sagen sind sie ja irgendwie fast alle irgendwo gleich wir haben acht port switches performance alles dasselbe fast alle haben noch ein kensington schloss aber brauchen wir ehrlich gesagt auch nicht bauweise ihr seht selber ist auch eigentlich fast überall gleich das heißt vom optischen her von der bauweise her können wir eigentlich an keinem etwas ausmachen wenn wir jetzt unbedingt wollen würden können wir jetzt sagen durch die schliere masse hätte der nett hier vielleicht einen vorteil und den großen kühlkörper dennoch drauf ist aber große masse hält aber auch lange wärme vielleicht an die abwärme von der größe her ist natürlich von der abwärme her abgeben an die außenluft vielleicht ein bisschen besser aber da müssten wir jetzt ziemlich tief physikalisch hingehen was jetzt irgendwie besser ist ansonsten öffnungen haben sie sowieso an der seite irgendwie alle luftzug geht da sowieso nicht durch alles passiv gekühlt ganz ehrlich ich mache jetzt mal vom hardware check ja würde ich sagen die sind alle gleich ob jetzt schwerer leichter kleiner macht aus mir den beraten nicht fett ich habe noch niemals einen kleinen switch irgendwo tot gesehen und wenn wenn der todes wird er von euch wahrscheinlich irgendwo in der ecke im wohnzimmer geballert zwischen irgendwelchen alten t-shirts und dann bitte halt eben glühend heiß und dann geht ja vielleicht jemand kaputt ich habe noch nie gehört dass einer von solchen kleinen geräten die seit jahren irgendwo rumstehen irgendwie kaputt geht aber lasst uns jetzt einfach mal auf die software gucken und da fange ich jetzt auch mit meinem ranking an ich habe es jetzt alle aufgebaut ihr seht sieht ein bisschen grubbelig aus ich habe die jetzt alle einfach in reihe geschaltet das schwarze kabel geht zu meinem pc die haben alle eine ip-adresse 1234 quasi und wir arbeiten uns jetzt sukzessive durch also was ist bei mir auf meinem platz 4 bei mir auf meinem platz 4 landet leider gottes das netgear gerät ja ihr habt richtig gehört es ist das netgear gerät und ich finde eigentlich auch es ist sehr verwunderlich aber wenn man das ganze einfach mal noch für technisch ein bisschen vergleicht kann man darauf zurückkommen dass netgear einfach in diesem falle weil wir hauptaugenmerk auf das thema bilans legen einfach auf punkt 4 ist um die verständlichkeit einfach mal darzustellen wir kennen die oberfläche das ist die oberfläche vom netgear um gottes willen die kann auch eigentlich genau alles was alle anderen auch können aber wenn wir jetzt einfach mal auf die thematik eingehen ich möchte mich mit dem thema bilans beschäftigen und auch keine sau macht das hier unter dieser einfach version sondern immer unter dem vollwertigen 802 11 q ist das glaube ich oder wie heißt das ding 802 1 q richtig und da habe ich folgende thematik die mir einfach nicht wirklich gefällt ich habe alleine schon drei felder drei auswahl menüs hier auf der linken seite wo ich meine bilans konfigurieren kann ich habe erstens eine übersichts seite wo ich überhaupt erst mal die bilans definieren und dann überhaupt sehr okay welcher port ist da drauf aber ich kann gar nicht sehen also welcher port ist drauf kann ich zwar sehen aber ich sehe nicht ist der jetzt text oder anteck das könnte man nämlich viel schöner in einer oberfläche verbandeln das heißt wenn ihr jetzt hier in wielen hinzufügen wollte ich kann auch keine namen geben könnte jetzt ja angeben wlan 55 und müsst ihr oben hinzufügen klicken und dann fügt ihr das hinzu und dann seht ihr auch okay es ist kein portrait aber ich kann auch nicht mal irgendwie namen definieren damit ich überhaupt eine zuordnung kriege okay wofür ist denn irgendwie dieses wlan dieses netzwerk segment nein kann ich nicht wenn ich jetzt irgendetwas hinzufügen will muss ich jetzt umständlich weil ich habe ja jetzt keine übersicht mehr wo ist denn jetzt überhaupt was wo ist jetzt keine ahnung ich müsste jetzt wieder zurück zur konfiguration gehen um zu sehen okay welcher port ist jetzt wo drauf mir das merken für jedes einzelne wlan auf den nächsten reiter gehen und dann jedes einzelne wlan hier durchkauen und das anklicken aus welchem port mache ich denn was übernehmen klicken nächste wlan nehmen dann wieder auch warte mal was war da denn ich mir fehlt einfach übersicht das hätte man alles in einer oberfläche rein pumpen können dann wäre es einfach viel viel schöner gewesen dass die aus was das auswahlmenü hier mit u für anteck und t für tech ist ja alles schön und gut aber man könnte das alles in einer übersicht verbaut sind guck mal wie viel platz wir hier auf der rechten seite haben da könnte man sich auch einfach mal die übersicht mit darstellen um ja den benutzer nicht zu verwirren beziehungsweise die information zu geben okay was ist denn gerade oder schon mal über eine mehrfach auswahl irgendwie darüber nachgedacht das ganze ein bisschen kleiner machen und einfach sagen alle wlan's untereinander so viele wlan's haben wir bei den hausmanage zwischen nicht das wissen auch net gtp link zyxl und co deswegen das ganze hätte man viel viel schöner einfach mal darstellen können um den benutzer der sowieso in diese materie einarbeiten muss und will halt eben irgendwie rein zu fuchsen dasselbe hier mit dem port wieder leidie da wieder eine eigene page für zu haben wieder keinen namen irgendwie dabei zu haben ist irgendwie ja ein bisschen beschissen und dass ich noch nicht mal ein auswahlmenü habe hier von wegen okay wäre doch einfach eins von den wlan's aus nein ich wäre jetzt in der lage bei drei wlan 77 reinzuschreiben was es gar nicht gibt wenn ich jetzt auf übernehmen klicke guck mal kriege ich jetzt zwar eine meldung aber das könnte man einfacher und viel schöner abfangen mit drop down menü mehrfach auswahl und so weiter und so weiter ist hier einfach nicht schön gelöst wenn wir wieder bei der generalität bleiben ich habe ja gesagt ich lege hauptaugenmerk auf das thema wlan weil warum kauft man sich so ein gerät weil man damit einsteigen möchte aus keinem anderen grund meiner meinung nach kann man natürlich wie überall schöne überwachung man kann halt einige sehen kabeltester funktioniert mein kabel an dem und dem port port spiegelung können die alle können die alle die frage ist immer wie ist die menüführung dabei gemacht und dabei kann ich auch hier sagen bei netgear nicht so wirklich kann ich hier filigranere sachen angehen ich kann zwar sagen ziel port und was ist der quell port bzw welche sind meine quell ports das geht bei anderen aber viel schöner da kann ich nämlich auch mehrere ziel ports zum beispiel auswählen aber trotzdem um gottes willen der net gear funktioniert wie jeder andere genauso perfekt es ist nur eine andere einrichtungsmöglichkeit deswegen nicht schlimm nehmen dass der auf platz vier gelandet ist es ist einfach nur eine meinungsgeschichte auf platz drei finden wir ja was soll ich sagen in der d link er hat wirklich muss ich sagen software technisch auf beiden seiten überrascht ihr seht schon es sieht aus wie windows xp oder irgendwie sowas ich logge mich einfach mal ein bitte kriegt erstmal keinen flash warum das ganze so aussieht wie 1993 oder sowas trotzdem es gibt dabei eine ganz ganz wichtige sache der d link ist der einzige switch mannets manage zwischen selbe preiskategorie der einfach mal mit funktionen um die ecke kommt sowas wie zum beispiel ich weiß gar nicht wo es war das dingen bringt jetzt haltet euch fest ich weiß gar nicht wo es ist ich gesucht mal eben raus da das ding bringt snmp mit ich habe jetzt nicht geschaut welche informationen der wirklich raus pumpt über das snmp aber in dieser preiskategorie gibt es keinen der allen anderen der zum beispiel auch einfach mal ein snmp kann für euch da draußen falls du nicht weit bist weiß wie auch immer was snmp ist über snmp kann man halt eben dieses gerät mit einer monitoring software extern monitoren und kann sich schöne grafen anzeigen lassen wie viel traffic läuft denn über port 12345 wie viel ramp verbraucht die kiste wie hoch ist die cpu auslastung bei der kiste habe ich irgendwelche ports abdauen und so weiter das wird alles über snmp reporte zu deinem monitoring tool und das ist der einzige der so etwas mitbringt und dabei bleibt es natürlich nicht sondern ihr seht schon die möglichkeiten sind einfach in diesem gerät viel größer wir bekommen viel mehr informationen sie sind zwar alle in dieser scheiß menüführung drin versteckt aber es ist halt einfach die ja die die sache dass wir hier die möglichkeiten haben dies zu tun es geht ich will gar nicht in die tiefen gehen weil das wäre einfach viel zu deep dive ihr seht hier port security cable diagnostik haben wir gerade eben bei dem anderen auch schon gesehen aber lasst uns einfach bei dem thema wlan bleiben was wir halt eben ja bei den anderen geräten uns auch angucken wollen verstärkt so sieht also die übersicht aus vom 800 2 1 kuh bei der d link kiste und ich muss sagen hier hat man wenigstens schon mal die möglichkeit das ganze schon mal in alles zu überblicken und auch noch mit welche ports und welche wieder ein port sind attack drin das können wir jetzt einfach mal machen indem ich hier einfach mal hingehe wieder an id 55 bleiben wir beim gleichen ich kann einen namen wenn ich schreibe jetzt hierhin video ich kann einen namen definieren und ich lege nicht nur das wlan an sondern ich kann auch direkt sagen welche ports jetzt muss ich mal kurz gucken der d link ich die welt einfach mal vor drei und vier ich kann jetzt hier sagen vor drei pro drei ich kann warum auch immer kann ich gerade an technik auswählen ist doch jetzt gerade nicht schlimm hat mit sicherheit seine gründer klar weil der port drei und vier anteck auf wieder an die 1 ist also auch so ein bisschen intelligenz dahinter werde ich jetzt einfach mal port drei und vier als tech port aus und sagt einfach mal apply so und schon sehen wir wir haben die es wieder an die 55 mit dem wieler namen ich kann endlich eine zuordnung machen mit einem namen wo die text ports drei und vier drin sind ich habe sogar eine möglichkeit von rennen klicke ich auf die 55 drauf habe ich natürlich wieder die möglichkeit meine wieler namen einzustellen auch hier wieder es wäre jetzt wieder wünschenswert zu sehen eigentlich eine direkte übersicht zu haben okay was ist denn wo jetzt eingestellt das ist einfach fehler platze aber wir werden ja nachher ein gewinner und da ist das die möglichkeit also 800 231 800 800 2 1 kuh mein gott heuwegelchen ist hier ein bisschen besser integriert deswegen mein klarer platz 3 der die dealing kiste definitiv einfach wegen der würze nicht nur dass das ein bisschen ein hauch schöner ist die oberfläche ist scheiße sind wir mal ehrlich die sieht einfach kacke aus einfach nicht zeitgemäß trotzdem ich habe hier möglichkeiten ich habe hier einfach möglichkeiten ihr seht auch er hat hier direkt die vorgehensweise für ein voice wlan telefonie und so weiter ihr habt ihr welche telefone die priorisiert behandelt werden soll möglichkeit ihr habt ihr irgendwelche kamerasysteme mit die links surveillance vielleicht gibt es da leute die sowas benutzen ist integriert sowas gibt es bei allen anderen nicht deswegen ganz klar für mich platz 3 die dealing kiste ja jetzt sind noch zwei offen die frage ist wer ist es ist es jetzt die tp link kiste oder ist es jetzt der zuxelswitch ich glaube ich halte euch gar nicht lange auf dem auf dem warmen band fest ich zeige es euch einfach und nummer zwei und damit nummer eins ist zuxel und nummer zwei ist die tp link kiste was soll ich euch sagen die sind nah beieinander ihr werdet ja gleich sehen und ich zeige euch auch warum der zuxel in dem bereich wie dann einfach viel viel schöner ist noch als alle anderen weil einfach die oberfläche ein bisschen anders ist aber trotzdem auch einfach mal optisch angehaucht und wir einfach an relativ schnell klick 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 sagen können das ist toll aber lasst uns erst mal beim tp link bleiben auch wieder beim tp link es gibt nichts anderes zu sagen als die kiste hat eine nennen wir es mal neuere oberfläche die anderen bei den d link und bei dem netgear kann ich euch sagen die oberflächen sind alles schon mehrere jahre alt das hier wurde wenigstens mal überarbeitet also von dieser tp link ist hier und hat einfach mal einen refresh miterlebt von den funktionen her brauche ich euch nicht sagen bei gmp und monitoren und cable tester wieder wieder alle gleich ihr könnt ja auch ein bandwidth control machen brauche ich euch nicht haben wirklich alle überall gleich drauf aber viel wichtiger wir bleiben jetzt einfach mal in 802 1 q test und ihr seht das auch ich habe einfach wieder eine namensdefinition ich kann direkt meine ports definieren und ich habe unten auch eine übersicht was ist wo drin lasst uns einfach mal einen neuen hinzufügen wenn ich jetzt einfach mal sage wlan id wieder 55 ich kann einen namen definieren mit video und ich kann mit sicherheit auch wieder sagen jetzt muss ich kurz gucken tp link da kann ich einfach hier 7 und 8 nehmen sage ich hier wieder 78 anteck kann man kann alles definieren und kann sagen add modify ich habe direkt modified ich habe direkt eine übersicht der und entscheidung jetzt ist mein bild hier unten so ein bisschen davor ich habe direkt eine übersicht wieder an die 55 wlan name video welche ports welcher port ist davon tag welcher port ist davon anteck finde ich einfach richtig richtig gut ja leider gottes habe ich halt eben auch das ist ich glaube überall so port wieder an id bitte nicht vergessen für euch da draußen wenn ihr das rumtüftelt port wieder an id ist wieder auf eine andere seite aber das macht nichts ich habe jetzt auf jeden fall nur noch zwei pages wo ich halt eben mein 802 1 kuh definieren kann wie gesagt man hätte auch port wieder an id hier mit sicherheit noch unterbringen können dann hätte man nämlich einfach alles in einer übersicht und könnte alles auf einen schlag irgendwie machen wäre wirklich toll gewesen doch trotzdem der tp link und zyxl die sind noch nicht mal ein prozent auseinander ich persönlich würde euch sowieso sagen kauft irgendwas gleichwertiges bei euch im netzwerk dann müsst ihr euch nicht auf 20 sachen gleichzeitig einstellen doch trotzdem irgendwo brauchen wir nummer einen platz nummer zwei und in dem fall ist es halt eben der tp link geworden tja was soll ich euch sagen kommen wir einfach mal zu unserem kleinen gewinner zwar ganz ganz knapp und hätte ich auch niemals gedacht und auch die community die community mit der ich das ganze uns im livestream angeguckt habe hätte auch niemals gedacht gehabt dass wir zyxl als gewinner krönen würden denn einfach hier ist wirklich dieses thema mit wlan so schön integriert dass ich auch einfach mit farbgebung einfach eine übersicht bekomme okay was ist denn wo ja ihr seht mir fehlt hier so ein bisschen der name zu den einzelnen wlan aber ich muss trotzdem sagen ich bekomme hier einfach mal eine gesamtheitliche übersicht was ist denn wo und mit welchem port ist das jetzt text oder anteck und eine farbliche ergebung sind wir mal ehrlich ist für uns menschen immer eine sehr sehr gute sache das heißt hier auch jetzt 55 er trägt jetzt hier angeblich will er alles direkt erst mal als text eintragen ich mache das ganze jetzt einfach mal weg auch immer doppelt klick drauf dann schaltet ihr die ports einzeln durch ich gucke jetzt mal zyxl kann ich auch 7 und 8 einfach nehmen sage ich jetzt einfach mal hier bei dem das und bei dem das und sagt einfach mal apply und damit seht ihr jetzt das wlan ist einfach hinzugefügt ja ganz wichtig ich kann hier leider gottes auch keinen namen fix vergeben aber ich habe eine page ich habe eine übersicht page wo ich einfach alles sehen kann mit optik was für den typ mensch so wie wir halt eben sind ziemlich easy going ist wir können einfach farben besser auseinander halten als u und t und wenn da unten drunter steht was ist das text und anteck ist das auch noch sehr sehr schön auch hier wieder von den funktionen her vom zyxl es ist überall dasselbe wir haben quality of service mit bandwidth limitierung wir können ihren port mirroring machen brauchen wir wahrscheinlich die seltensten brauchen dass irgendwo die die dies brauchen wir können halt eben so eine link aggregation machen und beim zyxl gab es sogar die möglichkeit dass ich sagen kann nach welchem algorithmus denn und nicht nur nach richte mir das einfach mal ein ich glaube beim zyxl und beim d link waren die einzigen wo ich halt eben dieses link aggregation algorithmus halt eben überhaupt ja auswählen konnte und dann halt eben ein leck bauen konnte ja was soll ich euch sagen das war jetzt erstmal so der grob überblick ihr habt die oberflächen gesehen die oberfläche und oberflächen unterscheiden sich alle es gibt im endeffekt rein theoretisch wenn man so möchte weil die funktionen fast alle gleich sind außer beim d link außer beim d link der zwar eine oberfläche aber naja das funktioniert gibt es hat eigentlich keinen wirklichen klaren gewinner aber trotzdem muss ich sagen für den einstieg in die welt der vielanz der netzwerk segmentierung muss ich wirklich sagen dass der tp link und dass der zyxl wie sie hier halt eben stehen einfach von der oberfläche her für den benutzer die einfachste möglichkeit bieten um zu sehen okay wo auf welchem port habe ich denn einfach was konfiguriert und bekommst halt eben direkt in meinen augenfleck weil glaubt mir auch ich und viele andere haben einfach klein angefangen und haben diesen ganzen netzwerk segmentierung thema an angefangen mussten immer wieder dreimal gucken warum geht das nicht warum geht das nicht und dabei hat man einfach bei den beiden ja die beste wahl aktuell mit der aktuellen software oberfläche wie auch immer das kann sich ja jederzeit ändern um das ganze halt einzustellen ganz wichtig alle geräte habe ich vorher auf die aktuellste firma von vor zwei tagen angehoben das heißt es gibt aktuell nichts neueres für diese switche für die übersicht die wir hier gerade aktuell gesehen haben deswegen ganz klar entweder tp link oder zyxl die sind quasi beide beide gleich wenn ihr natürlich schon tp link sachen bei euch drin habt nehmt bitte den tp link switch unterscheidet euch erstmal gar nicht macht keine verschiedene unterschiedlichen architekturen nimmt dann einfach den tp link wenn ihr irgendwo irgendwie sowieso was neues macht und einfach sagt zyxl alte altes gerät ist falsch sondern einfach ein hersteller der auch schon genauso lange seit ewigkeiten auch für qualität 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 draußen am markt steht nimmt halt eben einfach den zyxl alles super ganz wichtig noch auch da wieder habt ihr halt eben zum beispiel schon die link oder netgear bei euch im einsatz zählt dasselbe ich gebe euch den rat habt ihr netgear geräte bei euch drin nimmt halt eben die netgear geräte was weiß was da halt eben für eine firma oder software update noch kommt dass man die miteinander verheiraten kann oder sonst was das ist sowieso als genereller tipp wenn er jetzt noch mehr zum gewinnspiel wissen wollt bleibt dran ihr wollt jetzt also wissen wie an ein von den vier schicken geräten rankommt in meinem ganz normalen gewinnspiel hier ganz einfach ihr müsst einfach nur entweder hashtag d link hashtag zyxl hashtag netgear hashtag tp link eins von denen einfach in die kommentare unten reinschreiben was euer lieblingsgerät ist vielleicht wir es wäre ganz nett wenn ihr zumindest noch einen satz hinzuschreibt wieso weil das wäre natürlich sehr sehr interessant nach meinem review jetzt was ihr dazu denkt was euer liebling ist das heißt also einfach das hashtag von eurem lieblingsgerät hier unten in die kommentare rein vielleicht ganz lieben noch einen satz dazu und dann lohnt sich das ganze in zwei wochen in etwa aus ich werde euch natürlich darüber dann kontaktieren so ich hoffe das video hat euch gefallen ich hoffe ich habe einen kommentar da gelassen und ansonsten kanal bitte abonnieren ganz ganz wichtig hier unten den roten button drücken würde mich super freuen und lasst für das video und daumen hoch da ihr bleibt gesund ich bleib gesund macht's gut ciao